Zwei Prozent ist der Anteil Deutschlands am CO2-Aufkommen weltweit. Und daran knüpft sich natürlich die Frage, ist Deutschland überhaupt in der Lage, allein mit den Maßnahmen, und so wird es ja oft auch propagiert und eben auch von ihrer Partei, allein in der Lage, das zu bewältigen. Ich bezweifle das natürlich und sicherlich viele auch. So sieht Baerbocks Gesicht aus, wenn ihr die Frage überhaupt nicht passt. Ein Rentner hat bei einem Bürgerdialog ihr die entscheidende Frage gestellt, warum soll Deutschland in dem Umweltthemen ein Vorreiter sein? Und vor allen Dingen, warum, wenn wir doch nur zwei Prozent vom CO2-Ausstoß haben? Ich finde, die Antwort ist höchst blamabel und zeigt, dass diese Frau hier nicht nur sich selber bloßgestellt hat, sondern tatsächlich auch vom Millionenpublikum alle entsetzt vor dem Fernseher saßen. Wir schauen uns mal die Highlights an und geladen war eine Frau Baerbock bei diesem Bürgerdialog. Ich kann dir jetzt schon sagen, es gab noch andere Bürger, die sich zu Wort gemeldet haben, unter anderem sogar eine AfD-Funktionärin. Und die findest du in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal, immer um täglich 18 Uhr. Dementsprechend unbedingt abonnieren, Video weiter verbreiten und wir starten mal direkt rein. Bitte an Annalena Baerbock. Ja, einen schönen guten Abend erst einmal. Und wie Sie ja gesehen haben, ich komme aus der schönen Oberlausitz und mein Zuhause ist der Kurdeubin. Und ja, die Frage ergibt sich ja eigentlich schon. Zwei Prozent ist der Anteil Deutschlands am CO2-Aufkommen weltweit. Und daran knüpft sich natürlich die Frage, ist Deutschland überhaupt in der Lage, allein mit den Maßnahmen? Und so wird es ja oft auch propagiert und eben auch von Ihrer Partei allein in der Lage, das zu bewältigen. Ich bezweifle das natürlich und sicherlich viele auch. Und meine Frage ist da hingegen, die Maßnahmen, die also von Ihrer Partei stärker als bei anderen Parteien favorisiert werden, im Klimaschutz, im Umweltschutz, Umwelt heißt für mich Umwelt und nicht um Deutschland. Also der Begriff sagt ja schon alles. So, also meine Frage knüpft daran an und lautet, welche Erwartungen setzen Sie an die von Ihnen gesetzten Ziele, die umgesetzt werden sollen, die also stärker strukturiert sind, massiver sind als möglicherweise von den anderen Parteien und vielleicht sogar stärker als die Vorgaben, die die EU macht. Und das ist jetzt tatsächlich auch das Gesicht, wenn du merkst, sie ist komplett überfordert und wird jetzt irgendwie mit einer Floskel starten. Bevor wir uns diese blamable Antwort ansehen, gerne mal deine Meinung dazu in die Kommentare. Dass Deutschland unbedingt Vorreiter sein möchte bei Umweltthemen, finde ich persönlich sehr gefährlich. Weil wir hätten eigentlich so viele andere Themen, wo wir gerne mal Vorreiter sein müssten, nämlich möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen, Lebensqualität, Wohlstandsaufbau, Altersarmut bekämpfen, da will ich gerne, dass Deutschland der Spitzenreiter wird. Und nicht unbedingt bei der Umwelt, weil ganz ehrlich, solange China und ein amerikanisches Volk nichts in dieser Richtung machen wird oder zumindest ihre Ziele eben nicht steckt oder erreicht, wird hier gar nichts passieren. Also auch das muss einem bewusst sein, wenn man über die Themenpartei der Grünen nachdenkt. Auch das ist ja mittlerweile hinreichend bekannt. Es ist ja mittlerweile eine Themenpartei. Es geht nur um Umweltideologie, um nichts anderes geht es. Und so werden auch die Entscheidungen getroffen, wie man es aktuell sieht. Ja, vielen Dank für Ihre Frage, weil viele in der Region, ich lebe ja selber in Brandenburg, genau das umtreibt. Und Sie haben vollkommen recht, zwei Prozent der Emissionen in Deutschland. Damit werden wir das Weltklima allein nicht retten. Aber wir als Europäer, das haben Sie ja auch angesprochen in dem Beitrag, sind als Europäische Union gemeinsam mit den USA die zweit- und drittgrößten Emittenten weltweit. Und deswegen möchte ich als nächste Bundesregierung dafür sorgen, dass wir als Europa gemeinsam mit der neuen US-Administration eine gemeinsame transatlantische Allianz für Klimaneutralität bilden. Dass wir die Produkte, die dann auch in Deutschland viel produziert werden, dass die in Deutschland weiter hergestellt werden. Also da muss ich jetzt mal einen Cut machen. Wie krass peinlich ist das, bitteschön, wenn man eigentlich regionale Produkte fördern will und gerade eben auch den Landwirten hier in unserem Land unter die Arme greifen möchte. Und dann haben wir die letzten Monate erlebt. Also ganz ehrlich, alleine auch, dass die Aufnahme der Ukraine bedeuten würde, dass dieses Land Milliarden an Subventionen für ukrainische Lebensmittel bekommen wird. Und dass eine Riesenkonkurrenz ist, alleine jetzt schon für unsere deutschen Landwirte. Das sollte man sich hier einfach mal zu Gemüte führen. Und dementsprechend gibt es jetzt gleich nochmal einen Schlagabtausch. Ich möchte aber nochmal eine Sache klarstellen. Sie hat ja selber zugegeben, dass Deutschland nicht wirklich das Zünglein an der Waage ist. Und trotzdem will man aber auf Biegen und Brechen an diesem Umweltziel festhalten. Und das macht mich stutzig. Warum eigentlich? Es ist genauso wie bei Greta Thunberg. Die will natürlich überall Aufmerksamkeit bekommen. Die würde sich niemals eingestehen. Selbst wenn die ganzen Studien und Wissenschaften auf einmal genau das Gegenteil behaupten, dass sie sich getäuscht hat. Weil dann müsste sie ja tatsächlich auch von der Bildoberfläche, sozusagen von der Bühne verschwinden. Weil sie hätte dann keine Aufmerksamkeit mehr. Und so ähnlich ist es auch bei den Grünen. Sie werden so lange an dieser Ideologie festhalten. Und da gerne mal deine Meinung auch in die Kommentare schreiben. Bis es irgendwie nicht mehr geht. Und zwar so lange, bis eben die Umfragewerte im Keller sind und die Leute endlich verstehen, dass Grün nicht unbedingt die beste Entscheidung ist. Wie das? Ich meine, Sie können nach Polen reisen, nach Tschechien reisen. Diese deutsche Sonderlösung in der Region kommt das nicht richtig an. So habe ich Sie verstanden. Naja, es ist ja so, dass die Perspektive, aus der man viele Dinge betrachtet, aus den Räumen der Ballungsräume, aus Berlin, aus dem Kölner Großraum, vielleicht möglicherweise ein bisschen anders sieht, als aus Grenzregionen. Und jetzt gerade in dem speziellen Fall, wo wir also das polnische Kraftwerk, und für uns ist es ja allgegenwärtig, und die Probleme sind ja nicht nur der zeitliche geplante Ablauf, also der Weiterlauf dieses Kraftwerks. Was im Bild nicht zu sehen war, ist ja die gigantische Grube, der gigantische Tagebau, der also mehrere hundert Meter in die Tiefe geht und der natürlich gewaltige jetzt schon Probleme bereitet. Und ja, ich muss sagen, auf tschechischer Seite, wir leben ja im Dreiländereich, Deutschland, Tschechien und Polen, auf tschechischer Seite ist der Widerstand und, ich sage jetzt mal, der erhobene Zeigefinger doch etwas massiver und stärker als von deutscher Seite. So wird es jedenfalls bei uns in der Region verspürt. Und dann hatte Baerbock tatsächlich auch noch den Mut, irgendwas zu reden, dass sie ja die deutsche Wirtschaft stabilisieren und stärken möchte. Dieser Rentner hat einfach es auf den Punkt gebracht, beziehungsweise Arbeiter, dass man einfach mit den Grünen nicht wirklich viel erwarten darf. Das sehen wir jetzt in den letzten Monaten. Alleine auch die deutsche Landwirtschaft so stark zu schädigen und immer wieder auch nur aus Trotzreaktion, weil manche Landwirte eben über die Stränge geschlagen sind und da reden wir über 0,001 Prozent, hat man das Gefühl, wollen sie erst recht nicht den Agrardiesel, die Subvention sozusagen wieder rückgängig machen. Das ist so ein bisschen so trotzig Schulmädchenniveau. Also auch da sehe ich persönlich keine Hoffnung, dass die Grünen hier nochmal die Kurve bekommen. Wie immer, Teil nicht vergessen und die nächsten Tage unbedingt wieder einschalten, weil hier kommen die nächsten Tage einige Bürgerdialoge online. Es ist sehr viel noch passiert, dementsprechend bis zum nächsten Mal.